Wasserball-Rekordmeister Wasserfreunde Spandau hat die Chance auf seinen 37. Titel gewahrt. Die Berliner gewannen im vierten Finale gegen den Haupthundensieger Waschbo 98 Hannover 8 zu 6, 4 zu 1, 1 zu 2, 2 zu 2, 1 zu 1 und werten damit auch den zweiten Matchball der Niedersachsen ab. Die Entscheidung fällt im fünften und letzten Endspiel am Samstag in Hannover. Die Niedersachsen, die 1993 zum letzten Mal Meister waren, hatten die ersten beiden Finalspiele mit 10 zu 7 und 11 zu 7 gewonnen. Am Sonntag siegten die Berliner, die seit dem letzten Titelgewinn von Hannover 22 Mal in 24 Jahren die Meisterschaft gewannen, mit 9 zu 4. Untertitelung des ZDF für funk, 2017